Herzlich Willkommen zu einem Video, zu einem Produkttester Video und zwar seht ihr hier vor mir in meiner Garage ein Laufband. Das ist ein Walking Pad von der Marke Kingsmith und Walking Pad, Laufband in einem. Das heißt, man kann auf diesem Laufband sehr gut einfach Schritte machen, Steps sammeln oder es auch im Home Office verwenden, beispielsweise wenn man einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat und dann seine Arbeit zu Hause nochmal verfolgen kann. Genauso kann man aber auch hier Sport mit dem ganzen Ding machen, weil mit dieser Fernbedienung kann ich, während ich auf dem Laufband bin, die Geschwindigkeit auf bis zu 10 kmh hochpushen. Das heißt, ich habe eine Geschwindigkeit, die ich bis zu 10 kmh nach oben bringen kann und dadurch kann ich natürlich auch sportliche Einheiten ableisten. Die Marke hat mir das sogenannte Treadmill mit dem Modellnamen R1 Pro zur Verfügung gestellt, dass ich das für euch teste und ich werde euch dann natürlich noch ein zweites und eventuell auch ein drittes Video zur Verfügung stellen, weil ich habe es heute erst bekommen, habe es heute aufgebaut und dann seht ihr, wie ihr das Ding cool einsetzen könnt, wie praktisch das ist zum Verstauen, weil es ist zusammenklappbar, also man hat die Möglichkeit, zusammenzuklappen und ich werde euch ein ehrliches Feedback zu geben, wie ich das gut finde und jetzt werde ich es erstmal testen, also viel Spaß beim Video, bleibt dran! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Süße üzer Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.